Servus grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin Elemental Force und Hey Elemental Force mach mal was Neues. Okay, ich mach was Neues, Altes. Ich mach Black Mace. Yay! Okay, ich hab auf Normal gestellt. Zumindest sollte es sein. Natürlich starten wir ein neues Spiel. Was glaubst du denn? Okay, Black Mace ist ein Half-Life 2 Mod. Besser gesagt, eigentlich kann man das auch alleine spielen. Ja, man muss nicht unbedingt Half-Life haben. Half-Life 2, also... Aber es ist halt eine Neugestaltung des originalen Half-Life. Von Fans glaub ich? Ich glaub es ist von Fans. Ich muss nachsehen. Ich glaub schon. Es ist ziemlich gut gemacht. Zumindest was ich bis jetzt gesehen habe. Ich spiele es blind, könnte man sagen. Da ich das erste Half-Life ziemlich gut kenne, ist es nicht so blind. Eher nicht. Ich frag mich ehrlich gesagt, ob sie die ganze erste Szene, also diese ganze, ja... Tramfahrt... Black Mace! Ob sie die ganze Tramfahrt wieder reingebracht haben, das wäre ziemlich cool eigentlich. Und sie haben. Oh Gott. Oh Gott. Oh, komm! Was ist das da? Inbound times. Tram? Was? Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Tram acquires new... ...automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility Personnel. Tram. 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 Nice. Ah, ist lustig. Ja, meine Audio Sachen. Äh... Das ist sehr professionell. Meine Audio Sachen. Ähm... Ich hab ein bisschen leiser geschert. 28 Degrees at all times. Kann ich? HUI! Nein, nein, lass mich HUI! 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 Verdammt! Unsichtbares Glas! Verdammt, seist du! Äh... Danke für diesen Ladescreen! Diese Ladescreen ist gesponsert bei Pepsi! Ding! The hell? Es lebt ziemlich lange für meinen Computer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin mir nicht sicher wieso. Du-di-du-di-du-ding-du-ding-du... Wirklich? Wow! Okay! Wow! This train is... inbound... from... Lug-3-Domitories... to... Sector-C Test-Labs and Control-Facility. Okay, im Grunde genommen kann ich über was sagen. Ah, ich spiele... Was spiele ich gerade? Äh... Borderlands 2. Äh... Was ich nicht let's playen werde. Ähm... Wieso? Äh... Weil... Es macht Spaß, aber es ist langweilig, wenn das einen Sinn macht. Ähm... Man macht immer das gleiche. Es macht Spaß, immer die gleichen Leute abzuknallen. Ja, das ist klar, aber... Äh... Es wäre ziemlich mühsam zu kommentieren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber es macht Spaß. Aber es macht Spaß. Also geil sieht's ja schon aus. Bis auf den Kaktus, der sieht komisch aus. Was ist das mit dem Kaktus? Texturen sehen komisch aus, ein bisschen. Aber egal. Okay. Wieso spring ich zurück? Oh! 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 Captain Lade Screen? Ich glaub... Irgendwann der Erster müsste ein Lowscreen kommen, oder? Vielleicht auch nicht. Oh, wirklich, wir müssen die Türe schließen auch. Ich muss warten, bis ihr die Türe zugemacht habt. Ach. Ah, da ist mein Lowscreen. Ich wusste doch, da kommt einer. Zumindest war's im Original-Spiel noch so. Oh, diesmal nicht so lange, okay. Gordon Freeman! Los Angeles-Course Decazalon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semi-finals for high-security personnel will be announced in a separate secure broadcast transmission. Remember, more lives than yours may depend on your fitness. Oh klar. Das ist Leverfree, BITCH! Oh, junger. Sehr gut! Wir sind ein Rekrutigteam, die Black Mesa-Facility ist ein Wettbewerb. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, Junge. Hi. Ja, an die Stelle. Oh, an die Stelle. Es ist schon ein schönes Grün, oder? So richtig giftig. Oh, Gott sei Dank. Ich frage mich, ob mir mal jemand sagen kann, ob radioaktiver Abfall wirklich grün ist. Es wäre es wert, mal nachzusehen, ob radioaktiver Abfall wirklich grün ist, oder ob das nur ein Mythos ist. Good morning, Dr. Freeman. Gordon Freeman! Good morning, Dr. Freeman. Hm, was sag ich doch? Man, leck mich! Weißt du, wie lange diese scheiß Tramp fährt? Hä? Weißt du das? Farney's been pretty scarce around these parts. Wirklich? Weee! I guess the bar attack must have finally caught up with you. Wir können da eine schnellere Tramp bauen, dann wäre ich nicht so spät dran. Hallo. Skiddub. Oh, Mann, du hast den Pferdeschwanz. Was? Was? Wirklich? Ich hatte einen Pferdeschwanz? Cool. Gordon Freeman mit Pferdeschwanz. Wow. Hey, Mr. Freeman. Ich hatte ein paar Messungen für dich, aber wir hatten ein System-Krash über, ich weiß nicht, 20 Minuten vor, und ich versuche immer meine E-Mails zu finden. Du? Es ist nur eine dieser Tage, ich glaube. Sie haben auch einige Probleme in der Testchamber, aber ich denke, dass das alles ausgerichtet ist. Nun, sie sagten mir, dass du sicher bist, dass du da nach vorne gehst, bis du in deinem Hazard-Suit gekommen bist. Das ist so zu sagen. Mein Gott. Was sind Zwillinge? Try hitting Control-Alt-Delete. Try hitting Control-Alt-Delete. Hi. Hallo, Dr. Freeman. Dr. Gordon Freeman! Kann ich laufen? Ich kann noch nicht laufen. Ich kann noch nicht. Ich kann. Guten Morgen, Dr. Freeman. Gordon Freeman. Gordon Freeman! Der System-Krash-System-Krash-Seems-To-Be-Online-Now. Hi. Nyeh. 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 Hard to find good help these days. Nyeh. 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 Hallo. Das ist ein G-Man. Das ist ein G-Man. Bastard. Das ist ein G-Man. Was ist die Hölle? Du hast die 2 vergessen, oder war es die 3? Hallo? Verdammt, ich kann keinen Spaß haben. Was hast du zu sagen? Du hast den falschen Ehrlock, Mr. Freeman. Du weißt, dass ich dich hier nicht durchführen kann. Es heißt Dr. Freeman, bitte. Auch wenn ich keinen Pferdeschwanz mehr habe? Pferdeschwanz... haha. Oh, schau mal an das. Freeman kam tatsächlich heute Morgen auf der Arbeit. Oh, fuck you! Es ist, wie jemand hier, der mir Essen hat. Guten Morgen, Freeman. Guten Morgen, Freeman! Das Sample wurde nur in die Testchamber gebracht. Okay. Sie haben viel eingearbeitet, das muss ich schon sagen. Guten Morgen, Gordon. Hi. Sergeant Dauberin, report to Topside, Chatpoint 0. Sie sind in der Zeit. Sie sind in der Vergangenheit. Das Experiment ist zäbendlich responsabilig für meine Karriere in Science. Wie viel Rekognition wird denn du für Reproduktion erhalten? Du solltest auf inventieren, etwas Neues und Unique sein. Er hat einen Punkt. Oh, aber das ist mehr als eine Replication. Ich versuche Sie. Für einmal, wir wissen, wie weit unser Feld ist, seit der erste Studie wurde, und zu sagen, dass nichts von der modernen Perspektive notwendig, um ihre Influenz zu kontrollieren. Ich meine, mit der heutigen Technologie, ich habe re-Kreate... Ich kann nicht sagen, dass ich eine andere Wortmeldung habe. Danke. Nicht erinnere mich. Aber hier ist etwas, was wir für die nächste Zeit denken. Du und deine schwarzen Luftfluggeber sind absolut voll davon. Kreativität ist die Kunst, die deine Influenz zu schützen. Jetzt gehen wir zurück zu arbeiten. Wir sollten zumindest versuchen, zu beobachten. Hallo, Dr. Cross. Wie ist das zu...? Was? Ich bin Gordon Freeman! Okay. Mach Spaß besser, Alter. Er hat was gesagt. Ich höre Stimmen! Oh Gott. Schau mich nicht so böse an. Er geht einfach durch mich durch? Er geht einfach durch mich durch? Was? Was? Ah, was er mir hier? Ah, was er mir hier? Oh, er ist richtig da, Mr. Freeman. Ich habe exklusiven Orderer, nicht zu lassen, ohne Ihren Gefängnis zu schützen. Das ist Dr. Freeman. Fuck. Okay. Was er mir hier? Is er vorst? Da ist mein Stumpf! Oof! 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 Origin zu Ende? Hallo! Hallo! Oh! Oh! Hint, gasp! Ah! Hint. Was ich? Muss ich? Target-Practice? Eigentlich? Yeah! Flock! What am I? Target-Practice? Why do you insist on picking over everything in my lab? Freeman, please! Why do we all have to wear these ridiculous ties? Do you try to break everything you touch, Gordon? I can't! Damn it! No toilet paper? Oh my god! Where is he? No, no, there he is! Here, you have a room! Could somebody get me some toilet paper? Can I help you? No, no, come! Come, come, come! Wait! 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 Don't panic, Harold! Don't panic! Hey, I have! Here is a bigger one! Oh, thank heavens! I'm in dire need of some toilet paper! Where? Oh my god! That worked! Funny! Block! Oh, fuck! Ah! Schick wie und je! Ah! Jetzt kann ich auch rennen! Gott sei Dank! Empty! Empty! Nooo noo! Hoiiii! Oh, bieb! Oh, geiler Soundtrack! Hoiiii! Lass mich rein! Wir haben durchgegangen, Sir. Oh yeah! Okay, aber... So geil der Soundtracker ist. Er ist ein bisschen zu laut. Na ernst? Es ist Game Volume. Nein, ist es nicht. Was? Was? Was wenn ich abschaute? Okay. Das bringt... ...oder... Okay. Auch wenn es so eingestellt bleibt. Ah, besser. Jetzt haben wir es. Habe ich jetzt... Nee, schau den... ... Game Sound hoch. Und ja, so passt das. Warte. Ah, okay. Okay. Ich muss mir nochmal nach Sound... Okay, vielleicht ein bisschen höher. Ein bisschen höher. So. Wir kommen hin. Wir kommen hin. Wir kommen hin. Was? Was? Okay. 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 Die Tür geht nicht auf. Wieso geht die Tür nicht auf? Wie ernsthaft? Wieso geht die Tür nicht auf? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Wirklich? Oh, was? Was? Oh, was? 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 Sieht aus. Sieht aus. Oh, Junge. Das müsst ihr euch nicht ansehen. Bis gleich. So. Versuchen wir das nochmal. Ah, ich hab den Ladescreen übersprungen. Okay. Interessant, dass man das machen kann. Ich hab den Ladescreen... Wow. Okay. Ah. Ein Bug. Okay. Interessant. Hi, Leute. Was macht ihr? Natürlich nicht. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Nein. Langweilig. Sprecherin. Das war... Oh, das war... Das war nicht. Nein. Was macht es? Wenn ein instrument nicht anstrumente anstrumente, dann werde ich mich auf wasplöde! Bitte relax. Was macht es? Nein. Nein. Ihr müsst euren Müll wegräumen. Leute, ihr müsst euren Müll wegräumen. Nein, NEIN! Komm her! Komm her! Ah, passt! Gordon Freeman, Umweltschützer! Nein, keiner kann seinen Müll wegräumen. Geh da rein, geh da rein! Verdammt! Okay, ist das Buch? Ich kann! Ah, Gordon! Gordon Freeman! Hi! Was ist dein Kaffee? Verdammt! Aber wir brauchten die extra Resolution. Der Administrator ist sehr interessiert, dass wir eine konklusive Analyse von heutigen Samples bekommen. Und er ging zu einigen Links, um es zu bekommen. Sie warten für dich, Gordon. In der Testchamber. Genau! Komm her, dann! Ich gehe dich runter. Eli ist beschäftigt, die letzte Minute vorbereiten für das neue Experiment. Aha! Grüß dich, Eli! Morgen, Izzy! Morgen, Eli! Pluck! Ah, nein! 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 Gib her! Okay! Verdammt! Verdammt! Ich darf nicht spielen! Das ist meine! Von da oben! Yay! Block! Ich weiß nicht, dass mein Pacemaker mehr von diesem zu planen kann! Ja! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das ist meine! Von da oben! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das ist mein Pacemaker mehr von dem Teil zu halten! Na! Block. Block. Mann, was bist du für ein weinerliches Weichei? Hi. Ich bin mir für dich, Hombre. Hombre? Wirklich? Okay. Ah, hier ist er. Block. Block. Was zuhören? Wer ist teleportiert? Ja, ja. Aber mit gutem Grund. Das ist eine rare Möglichkeit für uns. Das ist die pureste Sample, die wir noch nie gesehen haben. Und, potenziell... ... ...